Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 204. Mal bei Hoaxfeller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa. Hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich der nicht minder wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und eigentlich haben wir jetzt gerade nicht die Wahrheit erzählt, Alexa, weil wir nämlich eine Aufnahme unbedingt hinbekommen wollten. Und auch im Juni noch Folgen veröffentlichen wollten. Aber du aus nicht näher genannten Gründen zurzeit nicht in Hamburg bist, sitzen wir tatsächlich jetzt sehr weit getrennt voneinander. Nämlich ich in Hamburg im Hoaxfeller HQ und du an einem nicht näher genannten Ort irgendwo in Deutschland. Im Bunker, genau. Im Bunker. Und nimm diese Folge auf. Und das ist überhaupt nur deshalb möglich, weil wir vor einigen Monaten schon eine sehr großzügige technische Spende von jemandem bekommen haben, mit der du jetzt nämlich aufnehmen kannst. Sodass die Qualität hoffentlich fast nicht zu unterscheiden ist von unserer sonstigen Qualität. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank, dass wir jetzt also tatsächlich phantomgespeiste mobile Aufnahmetechnik für unterwegs jetzt auch nutzen können. Danke, edler Spender, der du nicht genannt werden möchtest. Vielen Dank an dich da draußen. Genau. Ja, und insofern nehmen wir jetzt hier diese Episode auf. Für uns auch ein ganz neues Experiment, aber ich glaube, das wird wohl gelingen. Und bevor wir jetzt noch weiter in die Details uns verlieren, sondern wir wollen euch nur deutlich machen, was wir alles auf uns nehmen für euch. Hast du erstmal wieder eine schöne Geschichte vorbereitet, Alexa, oder? Die ist nicht schön, aber ich werde sie trotzdem erzählen. Na, da bin ich aber mal sehr gespannt. Die Story der Woche Wir begeben uns in der Story dieses Mal zurück in das Jahr 2001. Ungefähr einen Monat nach den schrecklichen Anschlägen vom 11. September, als die ganze Welt ja sowieso unter Schock stand und Angst vor Terrorismus hatte und sich eine völlig neue Dimension des Terrors breitgemacht hat in unserer westlichen Zivilisation, kam es zu einer weiteren Warnung, die von einem Krankenhaus herausgegeben wurde, nämlich dem Glen Eagles Hospital. Das Ganze ist per E-Mail an viele Leute verschickt worden. Und es ging um Parfumproben, die wohl per Post verschickt wurden und mit denen dann die Kundinnen, die Konsumentinnen, die das dann ausprobiert haben, auch tatsächlich umgebracht wurden. Das heißt also, es handelte sich um vergiftete Parfumproben. Und wer daran gerochen hat, ist tatsächlich auch verstorben. In der E-Mail, die da herumgeschickt wurde mit dieser dringenden Warnung, stand auch, dass das Ganze von der Regierung deswegen nicht veröffentlicht würde, um nicht noch mehr Terroristen auf diese Idee zu bringen. Deswegen würde man also die in den betroffenen Gebieten quasi per E-Mail warnen und auf keinen Fall solle man irgendwelche Proben ausprobieren, die man kostenlos nach Hause geschickt bekommt, also irgendwie Bodylotion, Parfum oder ähnliche Dinge, sondern sowas sofort im Müll entsorgen, wenn diese Geschichte denn stimmt. Ja, eine gruselige Vorstellung, dran schnüffeln und dann umkippen. Ja, es hat ein bisschen was von Schneewittchen irgendwie, aber umso halb. Möchte man auch nicht haben und hoffen wir mal, dass die Geschichte nicht stimmt. Erfahren tun wir es natürlich wie immer am Ende der Sendung. Thema der Woche Ja, wir haben uns in den letzten Wochen doch auch immer wieder sehr ausführlich mit Themen beschäftigt, die sehr politisch waren. Wir haben da auch sehr viel Augenmerk drauf gerichtet und wir hatten jetzt so irgendwann das Gefühl, dass auch ihr da draußen mal wieder so eine richtig schöne alte Huxilla-Folge gut finden würde. Allerdings muss man ja auch mal sagen, nach über 200 Episoden muss man auch ein wenig länger schauen, um ein Thema zu finden, was man mal wieder so richtig schön aufbereiten kann. Und dass das am Ende wieder politisch wird, werden wir nicht vermeiden können. Das liegt aber an der Sache leider. Aber was haben wir uns rausgeguckt? Alexa, wir haben uns Wunschthemen angeschaut und dann haben wir eins gefunden, wo wir beide einfach gedacht haben, das ist gar nicht so ergiebig, darüber eine ganze Folge zu machen. Ja, also erstmal kannte ich es nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass das, worüber wir gleich sprechen werden, überhaupt existiert. Und dass das überhaupt, ja, wie du sagst, eine Sendung rechtfertigt, das war mir auch noch nicht so bewusst. Die sind mir mal untergekommen und dann wieder lange nicht. Und jetzt irgendwann in der Vorbereitung der Sendung habe ich mich erinnert, dass ich mir das schon mal angeguckt habe. Worüber reden wir? Wir reden über die berühmten oder auch eben nicht berühmten Georgia Guide Stones. Oder aber auch, wie es gelegentlich genannt wird, das amerikanische Stonehenge. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder? Ja, also wir müssen das jetzt mal ein bisschen beschreiben, weil wir natürlich hier nur Audio machen und nicht wie bei Huxeler TV auch Bild. Aber es hat tatsächlich ein bisschen was von Stonehenge, das ganze Gebilde, die Georgia Guide Stones, die sich in einer sehr ländlichen Gegend befinden, tatsächlich im Bundesstaat Georgia, in Elberton nämlich. Da ist nix, da sind vielleicht irgendwie ein paar Kühe und Weiden und so und eine Straße führt da vorbei und da ist grüne Wiese. Und da stehen halt vier riesige Granitblöcke mit einem etwas schmaleren, hohen Block in der Mitte. Und dann ist da noch quasi so als Dach oben drüber über die Kanten, über die Inneren ein sechster Block gedeckt, mehr oder weniger. Also das Ganze ist so ein bisschen sternförmig angeordnet und steht da halt irgendwie so in der Landschaft rum. Jetzt könnte man sagen, aha, ist halt Kunst. Also genau, wer auf die Homepage mal bei uns geht, das ist natürlich das Episodenfoto, der wird das Foto dann auf alle Fälle auch mal sehen können, wie man sich das ungefähr vorzustellen hat und sagt, ja, ist Kunst. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt gerade schon die Höhe genannt hast, sechs Meter hoch. Nee, hatte ich noch nicht, genau. Also recht eindrucksvoll das Ganze. Und da kann man jetzt natürlich überlegen, was ist es denn genau? Also Schriftzeichen sieht man auf dem Ding. Und das Erste, wo man dann eventuell drüber stolpert, ist die Tatsache, dass das ganze Ding im Jahr 1980 gebaut wurde. Also nichts mit Antik, nichts mit Stollen, sondern eigentlich wirklich modern. Gut, jetzt sind es langsam dann auch schon wieder fast 40 Jahre, aber 1980 ist gefühlt zumindest noch nicht so weit weg. Wobei, ich glaube, wir haben viele Hörer, die haben da noch nicht gelebt in dem Jahr. Aber however, genau, wir beide lebten zu dieser Zeit schon und ich habe eine relativ gute Erinnerung auch an die 80er Jahre. Und das Spannende ist jetzt also nun nicht die Tatsache, dass die da rumstehen, übrigens im Bible Belt, also so im erzkonservativ-christlichen Teil Amerikas. Das kann man vielleicht auch nochmal mit erwähnen. Sondern, dass diese Beschriftung auf den Steinen, da gehen wir gleich nochmal ausführlich darauf ein, den einen oder anderen zucken lässt. Und zum anderen die Tatsache, dass, und das ist eigentlich auch schon mal das erste spannende Mysterium, niemand weiß, wer diese Steine hat bauen lassen. Also es ranken sich schon Geschichten und Namen um die Erbauung dieses Monuments. Aber so richtig genau wissen, ob diese Person, die das angeblich in Auftrag gegeben hat, wirklich existiert, tut man halt eben irgendwie nicht. Auch nicht, genau. Also, wir beschreiben euch nochmal ein wenig mehr zunächst mal, was auf diesen Steinen draufsteht. Denn auf diesen Steinen steht in, ja, mehreren Sprachen, nämlich in eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sprachen. Vier Steine mit zwei Seiten, also acht Sprachen. Ein Text, interessanterweise sind das nicht, wie man häufig, wenn man im Netz nach den Georgia State Guidestones googelt, die acht, sagen wir mal, häufigsten Sprachen der Welt. Das ist es nämlich eben gerade nicht. Das ist auch relativ interessant, denn die Sprachen, die vertreten sind, sind Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch. Deutsch ist eigentlich auch eine relativ häufig gesprochene Sprache, taucht zum Beispiel nicht auf und einige anderen. Portugiesisch hätte eigentlich dabei sein müssen. Das müssen genau, Südamerika, da fehlt Portugiesisch gesprochen. Also die Sprachen fehlen tatsächlich. Und wir können mal beschreiben, dass es im Prinzip zehn Gebote, so werden sie genannt auch immer, auf diesen Steinen stehen. Und wir können uns diese zehn Gebote vielleicht mal einmal anhören. Wir lesen die mal nicht in Englisch vor, wer da mal will, werden Wikipedia-Link verlinken. Da sind dann auch die englischen Inschriften vertreten. Wir beschränken uns hier mal jetzt gerade auf die deutschen Inschriften. Und ich weiß nicht, warum wir das abwechslend machen, Alexa, dass wir die Erfolge vorlesen. Dann fange ich mal mit dem ersten Gebot an, das dann nämlich lautet, halte die Menschheit unter 500 Millionen im fortwährenden Gleichgewicht mit der Natur. Dann geht es weiter, lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Das dritte Gebot der Georgia-Guidesdown lautet dann, vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache. Dann beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition und alles Sonstige mit gemäßigter Vernunft. Fünftes Gebot, schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte. Nummer sechs, lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten selbst, also intern, regeln und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen. Siebtens, vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte. Da habe ich sehr geschmunzelt übrigens. Danach kommt, schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen bzw. sozialen Pflichten. Nummer neun, würdige Wahrheit, Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Und zuletzt schließlich, sei kein Krebsgespür für diese Erde, lass der Natur Raum, lass der Natur Raum. Ja, das klingt schwurbelig, so möchte man mal behaupten, aber es gibt noch einige andere Inschriften und Hinweise, da können wir vielleicht auch nach und nach noch drauf eingehen. Aber insbesondere die ersten drei Gesetze oder Gebote vielmehr auf den Georgia Guidestones haben Menschen zu der Überzeugung kommen lassen, dass die New World Order eventuell hinter diesen Steinen steckt oder irgendeine andere Geheimgesellschaft oder im Zweifelsfall sogar Satanisten. Denn dieser Satz, halte die Menschheit unter 500 Millionen, ist natürlich völlig an der aktuellen Realität unserer Erde mit ein paar Milliarden Menschen vorbei. Das wird sehr häufig als Reduzierung der Bevölkerung interpretiert und da wissen wir schon, das hören wir häufiger mal, auch unter anderem die nicht real existierenden Chemtrails sollen ja zum Beispiel dazu dienen, die Menschheit zu reduzieren, was ja schlecht klappt, weil wir ja ein stetiges Wachstum von Menschen auf unseren Planeten verzeichnen können. Also insofern die Pläne klappen ja eh nicht, aber dieses Gebot geht in die Richtung häufiger Argumentationsstruktur, ist ja weniger Menschen lassen sich besser von einer kleinen Elite regieren oder beherrschen. Das denken viele, also dass tatsächlich die Bevölkerung deswegen reduziert werden soll, damit man sie eben auch dann durch diese eine geforderte Regierung irgendwie besser lenken kann. Manche sagen auch, dass die erste und die letzte Regel so ein bisschen wie eine Klammer wirken und dass die Menschheit eben deswegen unter 500 Millionen gehalten werden soll, damit eben die Menschheit kein Krebsgeschwür für die Erde ist und der Naturraum gegeben wird. Das klingt natürlich erstmal irgendwie gar nicht so schlimm und man könnte sich überlegen, ja vielleicht wäre das für die Welt wirklich nicht so schlecht, wenn es weniger Menschen gäbe, aber worauf sich dann natürlich viele, die das, sagen wir mal so, nicht ganz wirklich neutral und streng faktisch besprechen, immer stürzen, ist dann halt der Vorwurf, ja um da hinzukommen müsste man ja irgendwie, ja weiß ich nicht, zwölf von 13 Menschen erstmal irgendwie wegdenken oder die müssten dann irgendwie vom Erdboden verschwinden und da wird es dann natürlich ein bisschen übel das Ganze. Das zweite Gebot, lenke die Fortpflanzungweise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern, wird häufig dann in den Kontext der Euthanasie, der Eugenik gestellt, natürlich eine etwas beängstigende Vorstellung, die, wenn man es denn so harsch interpretiert, was man sicherlich tun kann, diesen Satz macht, unangenehmer Gedanke. Und das dritte Gebot, vereine die Menschheit mit einer neuen, lebendigen Sprache, ist dann häufig so, dass Kritiker sagen, naja, die halbe Welt muss ja schon Englisch sprechen, die sind ja auf dem besten Weg dahin, das zu tun, das heißt, der Prozess ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber wir sind auf dem besten Weg dahin, dass es so kommt. Und der Rest der Gebote, der ja eher so an einen Common Sense oder sogar eher aufklärerischen Gedanken orientiert ist, wird dann gerne auch ausgeblendet. Also in der Kritik wird häufig gesagt, die ersten drei Gebote, die ersten drei Sätze auf den Georgia Guidestones sind ganz klar das, was die neue Weltordnung möchte. Und dann eben der letzte Satz sei kein Krebsgeschwür für diese Erde, wird ganz klar gesagt, naja, wer Menschen als Krebsgeschwür bezeichnet, das ist eine Elite, die alle anderen Menschen als eine bösartige Krankheit bezeichnet. Wobei, wenn wir uns mal angucken, Dinge wie Umweltverschmutzung, Klimawandel und solche Dinge, da ist natürlich dieser Gedanke, wenn er auch etwas überspitzt ist, vielleicht als pointierter Hinweis, vielleicht gar nicht so ungerechtfertigt, denn man kann ja mal drüber nachdenken, ob wir uns aktuell als vereinte Menschheit auf diesem Planeten so clever verhalten oder nicht. Sei es drum. Also das sind zunächst mal die berühmten zehn Gebote auf den Georgia Guidestones, so ein paar Interpretationen können wir vielleicht nachher kurz reißen, ein paar haben wir schon umrissen. Es gibt dann nochmal vier, auf den vertikalen Seiten gibt es dann nochmal vier Inschriften in weiteren Sprachen und zwar soll die eine babylonische Keilschrift sein, das kann man auf so einer Steinplakette dann lesen, was das für Schriften sind. Und zwar diese babylonische Keilschrift auf der Nordseite, altgriechische Schrift auf der Ostseite, Sanskrit auf der Südseite und sogar ägyptische Hieroglyphen auf der westlichen Seite. Und was steht da dann in der Übersetzung? Steht drauf der Satz, lass diese Steine Wegweisersteine in einer Zeit der Vernunft sein. Im Original auf Englisch wäre es, let these be Guidestones to an age of reason. Und daher haben dann auch die Georgia Guidestones ihren Namen, weil diese Übersetzung zu finden ist, sie stehen in Georgia und sie sagen selber von sich, lass diese Steine Wegweisersteine Guidestones sein und dann haben wir auch schon mal den Namen. Es gibt dann auch so eine Art Erklärbärtafel, die dann auch nochmal sagt, dass es die Georgia Guidestones sind. Die wurden am 22. März 1980 errichtet und aufgebaut. Dann eben der besagte Satz, den ich gerade schon beschrieben habe. Und das ganze Ding ist auch noch so gebaut, dass es gewisse, ja, astronomische Eigenschaften hat. Also man kann den Lauf der Sonne erkennen und derlei Geschichten. Deswegen auch Stonehenge, also da kommt natürlich irgendwie so ein bisschen Vergleichsmöglichkeit zumindest auf. Was natürlich ganz klar beabsichtigt gewesen ist auch von den, aber auch vermute ich jetzt mal. Wollte gerade sagen, also da hat sich jemand natürlich sehr ausführlich Gedanken über diese Steine gemacht, aber wenn man so große Steine sechs Meter hoch plant und errichtet, hat man sich wahrscheinlich darüber ein paar Gedanken gemacht. Und dann ist eben, wird ein Autor genannt, da steht dann tatsächlich Author und dann wird es jetzt nämlich langsam spannend, wenn man sagt, wieso wisst ihr nicht, wer das Ding gebaut hat, wenn es doch einen Autoren gibt oder jemanden, der da steht. Und da steht dann r.c.christian. Natürlich müsste man es dann auf amerikanisch lesen, also r.c.christian. Und interessanterweise steht dann darunter in Klammern Pseudonym. Und das englische Wort Pseudonym schreibt sie eigentlich wie das deutsche Wort Pseudonym, nämlich mit m wie Martha am Ende. Und das ist hier nicht gemacht. Sehr ungewöhnlich. Schön auf allen Verschwörerseiten steht. Es kann kein Zufall sein, ja. Genau, ein Tippfehler ist ja gemeißelt sozusagen, aber ein Vermeißeln, sage ich mal, ist nicht denkbar bei dem großen Aufwand. Aber keine der Verschwörerseiten, und ich habe da jetzt einige von gelesen, hat auch nur eine Theorie, was es denn sonst sein könnte. Also alle regen sich darüber auf, dass es so ist, aber keiner erklärt es. Das fand ich auch sehr schön, dass das so ist. Und als Sponsoren unter diesem Author, unter diesem Autoren steht dann noch auf Englisch eine kleine Gruppe von Amerikanern, die nach dem Zeitalter der Vernunft suchen. Dann gibt es noch einen Hinweis auf eine Zeitkapsel, die soll sechs Fuß unter diesem Punkt, wo diese Tafel ist, sein und soll geöffnet werden am, und da steht aber kein Datum dahinter. Und auch das ist schön, dieser Satz wird offensichtlich auch abgeschrieben von allen Verschwörerseiten. Also weiß man gar nicht, ob da überhaupt eine Zeitkapsel liegt. Das ist auch sehr schön. Ja, ist ja auch so, solange wie die nicht irgendwie ausgebuddelt wird. Genau, es gibt dann noch eine Rennzerei von Angaben genau, also wirklich große, große Steine. Das wird genau angegeben, wie viel die wiegen, wie groß die einzelnen Steine sind. Aber damit wollen wir euch jetzt mal nicht langweilen. Und ja, so. Das steht da, also soweit kein Hoax. Das Ding steht da in Georgia rum. Genau, man kann da auch hinfahren. Nicht, dass ihr wieder denkt, wir erzählen hier mit ernstem Gesicht irgendwie Mumpitz. Nee, das stimmt schon. Also es gibt Fotos, man kann da hinfahren. Es gibt diverse YouTube-Videos von diesen Dingern. Das ist alles real. Nun stellt man sich natürlich die Frage, wenn es denn doch einen Autoren gibt, der da genannt wird, wenn es auch ein Pseudonym ist. Es muss doch herauszufinden sein, wer vier, sechs Meter große Steine irgendwo in Georgia aufs Platteland stellt. Also das macht man ja nicht über Nacht und das ist mit sehr viel Aufwand. Natürlich muss sowas passieren, weil das wiegt ja auch alles eine ganze Menge, das Zeug. Und richtig, ja, das kann man. Also wir wissen im Moment, zunächst mal sagen wir so rum, wer diese Steine dahingestellt hat und wer vor allen Dingen diese Steine behauen hat und wer dafür zuständig war. Nämlich ein Herr. Der Produzent sozusagen. Genau, ein Herr Joe H. Fentley Senior war das nämlich und der hat einen Steinbruch gehabt und die Geschichte, die man denn so findet und die man so recherchieren kann, ist eben folgende, dass ein Mensch zu ihm gekommen ist, der sich tatsächlich als R.C. Christian vorgestellt hat, der gesagt hat, das ist aber nicht mein echter Name und der dann geschildert hat, was er haben möchte. Und dieser Herr Fentley hat ihn halt für einen totalen Spinner gehalten, würde man eventuell auch tun. Wenn einem das selber passieren würde. Tatsächlich war es aber so, dass der R.C. Christian, den Herrn Fentley dann doch so lange genervt hat, dass der, um die loszuwerden, den Preis immer weiter nach oben getrieben hat. Der Preis ist heute nicht bekannt, den er aufgerufen hat. Aber sechsstellig. Ja genau, also so ein Millionenbereich wird spekuliert auf jeden Fall. Das hat er auch mal gesagt, er hätte was sechsstelliges aufgerufen. Und zwar eigentlich vor dem Hintergrund, dass er dann gehofft hat, dass der irgendwann sagt, naja, dann kann ich mir das halt nicht leisten. Das war aber nicht der Fall, sondern R.C. Christian hat dann irgendwann gesagt, gibt es denn hier einen Banker vor Ort, mit dem ich mal über das Geld reden kann. Daraufhin hat der Fentley ihn verwiesen an einen Banker, war dann auch ganz froh, dass er diesen komischen Menschen von der Backe hatte. Wobei der eben nicht unfreundlich war, sondern eben ihn halt nur etwas genervt hat, weil er ihn halt nicht vervollgenommen hat. Und die Geschichte ist dann, dass dann R.C. Christian in den Ort gefahren ist und sich den Banker den Ortsansässigen gesucht hat und dann dem Banker im Prinzip zunächst mal die gleiche Geschichte erzählt hat. Und der Banker, der den Namen Wyatt C. Martin trägt, war dann irgendwann auch an dem Punkt, dass er sagte, naja, das ist ja alles schön und gut. Also die Geschichte war dann die, dass R.C. Christian sagte, ich bin Vertreter einer Gruppe von Menschen, die zur Vernunft aufrufen wollen. Wir fühlen uns als wahrer, treuer Amerikaner. So in der Richtung hat er sich vorgestellt. Und wollte also dafür sorgen, dass Gelder übermittelt werden zu dieser Bank. Und Wyatt C. Martin hat gesagt, naja, das ist alles schön und gut, aber wenn sie hier Geldgeschäfte machen müssen, können sie das nicht unter pseudonym tun. Jetzt wird es tricky. R.C. Christian hat gesagt, okay, ich zeige Ihnen meinen Pass oder wahrscheinlich seinen Führerschein. Wir befinden uns ja in den Vereinigten Staaten. Aber sie dürfen niemals mit irgendwem darüber sprechen. Dafür werden sie dann aber sozusagen treuhänderisch verantwortlich für dieses Projekt. So kam es dann auch. Tatsächlich hat Wyatt C. Martin dann die wahre Identität von Herrn Christian gesehen. Und es begann dann, nachdem man sich einig wurde, auch kurz darauf Geld zu fließen. Und zwar aus verschiedenen Konten. Aus den gesamten Vereinigten Staaten wurden Summen überwiesen. Und um die Geschichte kurz zu machen, tatsächlich kam genau dieser sechsstellige Betrag zusammen, sodass die Arbeiten beginnen konnten. Es gab dann noch ein Modell, was Mr. Christian dem Herrn Fendley gegeben hat, damit er genau wusste, wie es geht. Die haben sich hinterher sogar noch Hilfe von der Universität gesucht, weil das doch sehr komplex war. Diese ganzen Astronomie-Geschichten, die die Georgia Skystones auch haben, da wollten sie keinen Fehler machen. Und Mr. Christian hat dann ja auch noch den Herrn Martin beauftragt, ein Grundstück zu kaufen. Das haben sie dann auch gefunden. Also einen Teil eines Grundstücks eines Farmers, auf den dann die Steine gestellt werden durften. Und interessanterweise, das wird auch häufig zitiert, insofern halte ich das sogar für realistisch, war es dann so, dass der Farmer aber das Recht behielt, seine Tiere weiter weiden zu lassen auf dem Gelände. Das ist auch eine ganz schöne Anekdote. Man soll der Natur ja auch Raum geben, ne? So ist das, genau. Ja, und so kam es dann tatsächlich, dass die Steine gebaut wurden. Die wurden sogar richtig eröffnet im Prinzip, also enthüllt bei einer Zeremonie mit ungefähr 400 Leuten, die sich das angeguckt haben. Genau. Im Prinzip schon während bekannt wurde, was da passiert, war man aber unerfreut, wollte das eigentlich nicht haben. Und es gab dann immer wieder auch Hinweise, dass gesagt wurde, naja, das haben doch Satanisten gemacht, das ist doch hier eine Kultstätte. Hier werden ganz bald Menschen geopfert werden. Wie kann man das denn machen? Also nochmal, wir befinden uns natürlich im Bible Belt der Vereinigten Staaten. Also das war jetzt nicht so, ich glaube, wenn hier in Hamburg einer so ein paar Steine hinstellen würde, würde man das als Kunstwerk hinnehmen und gut ist. Da war es aber schon auch ein kleiner Aufreger. Und so wie wir es jetzt gerade erzählt haben, auch das jetzt kein Hoax, keine Erfindung, keine Sage, die wir aufklären können, sondern das sind tatsächlich alle Fakten, die man finden kann. Und Y.C. Martin hat auch niemals sein Schweigen gebrochen. Ich komme mal gerade, es gibt einen Artikel, den werden wir auch verlinken, einen Riot-Artikel aus dem Jahr 2009. Da hat er noch gelebt, Y.C. Martin. Also den hat es tatsächlich belegbar wirklich gegeben, um es mal ganz deutlich zu sagen. Genau, wie den Steinbruch und Mr. Fendley, also das ist alles völlig real. Aber Y.C. Martin hat gesagt, ich habe mein Wort gegeben und daran halte ich mich auch fest. Und es gibt, wie gesagt, einen schönen Artikel auf Englisch im Riot-Online-Magazin, da kann man das dann mal nachlesen. Also er zeigt dann auch, wenn er viel Vertrauen hat, eine Schatulle mit Schriftstücken, die von Herrn Christian sein sollen. Aber man darf die sich nicht angucken, sondern macht sozusagen einmal den Deckel auf und macht ihn dann wieder zu. Weil er selber mal überlegt hat, ein Buch über das Thema zu schreiben, hat er aber dann doch am Ende Abstand von genommen. Tja, jetzt stehen also diese Steine da. Man weiß zumindest, wer sie aus dem Steinbruch rausgemauert hat. Mit relativ viel Aufwand aufgestellt hat. Es waren 400 Menschen bei der Einweihung, so muss man vielleicht sagen, dieser Steine dabei. Man weiß aber tatsächlich bis heute nicht, wer R.C. Christian war und schon gar nicht, wer die Gemeinschaft von Menschen war, die dieses Bauwerk finanziert haben. Und das, wenn also Fragen offen bleiben, ruft natürlich Menschen auf den Plan, die sich dann ihre eigenen Geschichten ausdenken, was sich hinter diesen Steinen verbergen kann. Zumal ja, also es ist ja nicht so, dass es gar keine Informationen gibt, sondern es gibt im Prinzip, wenn du so willst, genau die richtige Menge an Informationen und nicht Informationen, um die Fantasie der Leute also so richtig anzuhalzen. Also es ist ja auch drüber spekuliert worden, ob zum Beispiel sich Fendley und Martin diesen Robert C. Christian im Prinzip nur ausgedacht haben. Ob die beiden in Wirklichkeit zusammen Robert C. Christian sind und diese Steine dahingestellt haben, ja, um einfach irgendwie so ein bisschen die Leute kirre zu machen. Oder was ja auch sehr abgefahren ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade nichts Falsches, korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Der Fendley, meine ich, der ist doch auch Freimaurer, oder nicht? Das ist richtig. Gut, dass du es ansprichst, das hätte ich jetzt fast vergessen. Tatsächlich ist Fendley Freimaurer und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für viele, viele Verschwörungsseiten im Internet, die darauf hinweisen. Aber ich meine, wer ist denn Freimaurer und wer war denn Freimaurer und wer hat die Freimaurer gegründet? Und wer da mal ein bisschen drüber nachdenkt, kommt auf die Idee, dass das Steinmetze waren. Erben, Erben, Erben. Also wenn es denn Menschen gibt, von denen mich überhaupt gar nicht verwundert, dass es Freimaurer sind, dann sind es eben genau Steinmetze, die das beruflich machen, die also aus der ursprünglichen Tradition Freimaurer sind, die eventuell jetzt dann eben auch in einer Loge organisiert sind, die man als Geheimgesellschaft bezeichnen kann oder nicht. Wir wissen, ihr habt das ja auch schon mal gehört, wenn ein Freimaurer möchte, dass man weiß, dass er Freimaurer ist, kann er das immer sagen. Man soll nie aber einen Freimaurer outen, sondern das machen die dann, wenn selber. Insofern überrascht das eigentlich relativ wenig, aber natürlich für alle Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die nach alternativen Erklärungsansätzen oder Mysterien suchen, ein gefundenes Fressen. Viele Bauwerke heutzutage haben ja auch immer noch Freimaurer-Siegel, wenn dann Freimaurer am Bau mitbeteiligt waren. Eigentlich nicht überraschend, aber macht dann immer natürlich ein gutes Mysterium aus. Aber ja, das ist der Hinweis, dass du das nochmal gesagt hast. Mich hat überhaupt diese ganze Geschichte so ein bisschen an unsere Recherchen zum Denver Airport erinnert, weil, also erst einmal waren da ja auch Freimaurer beteiligt, die da also irgendwie Dinge gestiftet haben und da irgendwie zur Finanzierung beigetragen haben. Und dann, wenn du dir die Seiten anguckst, die sich mit diesen Georgia Guidestones beschäftigen, dann findest du eigentlich fast überall so Cherrypicking vom Feinsten. Gerade so in der jüngeren Geschichte, wir kommen ja gleich noch auf ein Ereignis aus dem Jahr 2014 zu sprechen. Und dieses Ereignis und alles so drumherum hat dazu geführt, dass die Leute also sich wirklich in den wildesten Spekulationen ergangen sind und im Prinzip ihre vorgefassten Grundannahmen dann anhand dieser verfügbaren Informationen abgeprüft haben und so lange herumgedreht haben, bis es passte. Also das ist mir in ganz vielen Sendungen aufgefallen. Also die Leute, die darüber sprechen und das so ein bisschen aus der mysteriösen Perspektive betrachten, die haben eine Idee, was das Ganze sein könnte. Also ganz viele zum Beispiel, ja, das sind halt die Regeln der New World Order, der geheimen Weltregierung oder alles zusammen und prüfen das dann an diesen Guidestones ab und kommen dann eben zu dem Schluss, ja, es kann überhaupt nicht anders sein, als dass da eben diese geheime Gruppe die ganze Welt nach diesen Regeln irgendwann beherrschen und umbauen will. Natürlich können wir jetzt, du und ich, von unserem Sendeplatz aus nicht sagen, es gibt glasklare Beweise dafür, dass das nicht so ist. Auch wir werden nicht rausfinden, ob es Robert C. Christian tatsächlich gibt. Und wenn ja, wer das ist. Aber es gibt auch eigentlich wenig Gründe anzunehmen, dass das jemand oder eine Gruppe von Menschen gewesen ist, die tatsächlich in irgendeiner Form irgendwelche Regierungen infiltriert haben oder dabei sind, irgendwie ihre Macht auszubauen oder irgendwelche neuen Regeln zu implementieren. Insofern ist das tatsächlich mal ein Thema, wo man wirklich die letzten Schlüsse einfach offen lassen muss und dann vielleicht nach Occam's Razor sagen muss, ja, aber vielleicht ist dann eben die Zigarre nur eine Zigarre und die Steine hat dann halt jemand hingestellt, der dieser Meinung ist, dass die Regeln ganz großartig sind, aber mehr eben auch nicht. Ja, genau. Ein Buch erzeugt, da gibt es eine PDF, die man sich angucken kann. Dann habt ihr auch nochmal die gesamte Geschichte der Georgia Guidestones vorhanden. In jüngeren Jahren sind die Georgia Guidestones auch immer wieder mal Opfer von Vandalismus geworden. Also man hat mit recht hartnäckigen Farben NWO dran geschrieben, hat Beschimpfungen dran geschrieben und das muss dann immer auch wieder gereinigt werden. Also recht aufwendig. Und eine Theorie, die wir jetzt noch nicht genannt haben, also wir haben die Freimaurer schon genannt, mehrfach, dass es die New World Order sein soll. Die Illuminaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Illuminaten. Die Rosenkreuzer wäre noch wichtig zu erwähnen. Das wäre jetzt nämlich das gewesen, was ich machen wollte. Achso. Ich würde noch diesen Schwenker, die Rosenkreuzer, nämlich genau mit diesem Robert C. Christian und dann einen Bezug auf die Rosenkreuzer. Genau, also das hat eigentlich Brian Dunning für Skeptoid irgendwie ganz nett nochmal herausgestrichen. Also dieser Name R.C. Christian, also Robert C. Christian, könnte deswegen nach diesen Verschwörungstheoretikern auf die Rosenkreuzer hindeuten, weil es halt diesen sagenumwobenen Gründer gibt. Christian Rosenkreuz, der diese Rosenkreuzer eben begründet hat. Und da sehen halt viele Parallelen zum Namen Robert C. Christian. Ja, kann man annehmen, kann man auch nicht annehmen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob diese Regeln, die da aufgeführt sind, sich mit der Mythologie und der Mystik der Rosenkreuzer decken. Nach allem, was ich über die Rosenkreuzer weiß, ist das eher nicht so der Fall. Insofern ist das scheinbar auch irgendwie so eine Namensspielerei, das mystische Fahrrad, halt irgendwie eine Deutungssache. Also wenn du die Idee hast, dass es so sein könnte und du lässt dir nichts anderes einreden oder das vielmehr nicht ausreden, dann glaubst du da halt dran. Das Lustige dabei ist ja auch, dass die Person Christian Rosenkreuz eine fiktive Person gewesen ist des 16. Jahrhunderts, also gar nicht wirklich existiert hat. Das heißt, zunächst mal war es so, dass es eine literarische Figur ist, Christian Rosenkreuz, der einen ebenfalls literarischen Orden gegründet haben soll. Das sind die Rosenkreuzer. Also soweit haben dann schon die Verschwörer gar nicht mehr recherchiert. Und erst so im 18. Jahrhundert gab es dann irgendwann den Orden der Gold- und Rosenkreuzer gegründet. Und da verschiebt sich das schon. Da wurde dann Rosenkreuz nicht mehr als Ordenstifter gesehen. Also ich meine, der war ja sowieso fiktiv, aber über die Jahrhunderte verschiebt sich dann sowas. Und mehr so als unsichtbarer Oberer der Vergangenheit. Also erst viele, viele Jahre, nachdem also die Figur Christian Rosenkreuz aufgetaucht ist, gibt es denn überhaupt einen Orden der Gold- und Rosenkreuzer? Das heißt dann auch schon wieder ganz anders. Und ja, also das heißt, diese direkte Bezugherstellung dann immer wieder. Natürlich könnte jetzt jemand, der sich mit Geschichte auskennt, sich so ein Pseudonym geben, weil er sich den Anschein geben möchte. Alles gut. Aber es wird halt auch sehr schnell dieser Zusammenhang hergestellt. RC Christian ist dann Christian Rosenkreuz, weil Christian R und Kreuz mit C geschrieben in einigen alten Schreibweisen. Und das sei ja völlig eindeutig. Ist halt auch ein Stück weit interpretiert. Wenn man denn noch weiß, dass sich die Macher selber als Christen geäußert haben, könnte man auch sagen, dann bahnt sich schon etwas in den Gedankengängen. Insofern, das ist natürlich an keiner Stelle belegt. Und der Sprung ist immer relativ schnell, weil es steht dann, RC Christian könnte ein Bezug zu Christian Rosenkreuz sein. Und dann meist geht ein nächster Satz los. Damit ist klar, dass die Rosenkreuzer hinter diesen Steinen stecken, weil die Rosenkreuzer waren. Und dann wird über die Rosenkreuzer berichtet. Und damit ist der Bezug absolut hergestellt. Und der nicht geneigte Leser hat schon wieder vergessen, wie da überhaupt drauf gekommen wurde und liest das dann als Fakt. Ganz klassisch. Also sollte man ein bisschen kritisch hinterher recherchieren. Ron Hubbard, der Scientology-Begründer, war übrigens auch mal im Gespräch als Urheber. Ja, die haben es ja auch mit Bevölkerungsreduktion. Haben sie? Ja, aber es passt nicht. Außerdem fehlt das Raumschiff irgendwie, das auf der Erde glätzt. Man weiß es nicht. Ja, ja, also das fällt dann auch raus. Also bisher ist es dann jetzt erstmal so, dass es merkwürdig ist, dass wir nicht wissen, wer dahinter steckt. Dass es ein bisschen verbrennt wirkt, will ich gar nicht abstreiten. Also Millionenbetrag in die Hand zu nehmen, um große Steine mitten aufs Platte Land zu stellen. Und eine leicht schwurbelige, wenn man es denn wohlmeinend sieht, aufklärerische Inschrift zu hinterlassen. Es gibt eine Spekulation, die ich sehr spannend finde, die auch diese 500 Millionen Menschen ein Stück weit erklären könnte und die überhaupt so ein wenig den Kontext dieser Georgia Guidestones nochmal anders herleitet. Denn wenn man dann nochmal an das Jahr 1980 denkt, dann befinden wir uns einige Jahre vor Perestroika und befinden uns eigentlich in einer der Hochphasen des Kalten Krieges. In einer Zeit, in der die Westmächte und die EU der SSR sich nicht wirklich grün waren, in der die Bedrohung durch Atomwaffen eine sehr reale Bedrohung gewesen ist. Und wenn es denn dann eventuell vom Kalten Krieg zu einem heißen Krieg gekommen wäre, sprich wenn es zum Atomkrieg gekommen wäre, dann wäre sicherlich damit gerechnet gewesen, dass die Menschheit stark dezimiert worden wäre. Und wenn dann auf dem platten Land, wo vielleicht auch keine Atombombe hinfällt bei einem Atomkrieg, so ein Steinmonument steht, auf dem steht, und jetzt macht es mal bitte richtig, verbrämt, zugegeben. Aber das könnte ich mir durchaus als einen realistischen Hintergrund vorstellen, irgendwelche reichen Menschen, die Angst vor dem Atomkrieg hatten oder die der Ansicht waren, dass die Welt nicht vor dem dritten Weltkrieg zu retten sei. Und dann, ja, tatsächlich aus eigener Überzeugung. Achso, als Hinterlassenschaft an die kommenden. Als Hinterlassenschaft für die Menschen nach dem dritten Weltkrieg. Die dann à la Mad Max irgendwie in der postapokalyptischen Welt irgendwie unterwegs sind. So ist es. Und nach neuen Regeln suchen. Genau, und dann eine Warnung vor Überbevölkerung, ein Hinweis darauf, mehr friedlich mit der Natur zusammenzuleben, nicht so ein Krebsgeschwürt zu sein nach dem Atomkrieg, wenn alles kaputt ist, Sachen verschraht sind, Fallout. Das ist so eine Geschichte, die könnte ich mir in den 80er Jahren durchaus vorstellen. Das ist immer noch total verrückt, so ein Monument einfach mal hinzustellen. Wäre aber für mich eine der plausibelsten Varianten. Kommentiert gerne, falls ihr andere Theorien habt, aber das wäre nochmal einfach so ein Gedanke, den ich reinbringen will. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht ganz vorbei. Denn im Rahmen der Recherche gab es dann, neben den Ursprungsartikeln, die also genau diese ganzen Theorien, die wir gerade geschildert haben, aufgreifen, gab es dann 2014 ein Ereignis, was Blocks hat explodieren lassen. Eigentlich zwei Ereignisse. Das erste Ereignis war, dass oben auf einem dieser Steine in sechs Meter Höhe plötzlich ein kleiner Granitsteinwürfel auftauchte, der genau eingepasst war. Und also jetzt an einer Kante eines hochkantstehenden Steins und des Deckensteins innen lag. Und was man lesen konnte, denn dieser Würfel war auch beschriftet, war, dass auf einer Seite, die man lesen konnte, die Zahl 20 eingeritzt war. Und auf der anderen Seite des Würfels, die man lesen konnte, die Zahl 14. Ja. Und das hat zunächst mal unfassbare Spekulationen ausgelöst. Warum ist da plötzlich ein Stein hinzugekommen? Wo kommt der Stein her? Und noch viel schlimmer, was hat es mit dem Jahr 2014 auf? Was ist da jetzt für eine versteckte Botschaft? Es gab dann weiterhin im September dann ein auch sehr merkwürdiges Ereignis, wo, also am 25. September 2014, um nochmal ganz präzise zu sein, das Video werden wir auch verlinken. Jemand kommt, also es filmt an die Bename. Es kommt jemand, ein älterer Herr mit einer beigefarbenen Hose, einem roten Hemd, mit einer Leiter, klettert hoch, holt diesen Würfel herunter, wirft ihn auf den Boden. Man sieht plötzlich, dass die anderen Seiten auch beschriftet sind. Und dann macht er diesen Stein kaputt und verteilt Bruchstücke dieses Steins an die umstehenden Menschen. Dieses Ereignis, dieses YouTube-Video hat dann erneut... Es hat etwas Pagisches, genau. Denn, jetzt müsst ihr ein bisschen die Augen zumachen und euch vorstellen, was ich euch beschreibe. Der Würfel hat sechs Seiten, wenig überraschend für einen Würfel. Auf den, wenn ich mal sage, auf der oberen Seite des Würfels, denn wenn man die Zahlen, die ringsherum steht, lesen, dann ist das die obere Seite. Gibt es die beiden Buchstaben M, M, zweimal das M wie Martha. Dann, um den Würfel herum, gibt es, wie eben schon beschrieben, eine Seite, auf der die 20 steht, eine Seite, auf der die 14 steht, eine Seite, auf der eine 8 steht und eine Seite, auf der eine 16 steht. Und dann, auf der Unterseite, gegenüber von M, M, also genau, auf der anderen Seite von M, M, gibt es dann nochmal die drei Buchstaben J, A, M. Jam. Jam. Marmelade, auch das noch. Tja, und dann war natürlich Tür und Tor offen für die Suche nach Bibelzitaten, nach Ereignissen des Antichristen, die dann anhand der Bibelzitate identifiziert werden konnten. Und es wurde immer wieder ein Datum gesucht, man war irritiert, weil wenn es denn der 16. August 2014 gewesen wäre, dann wäre der schon vorbei gewesen, was viele dann auch unmöglich gewesen sein soll. Also da gibt es eine ganze Reihe Seiten, auch die werden wir euch verlinken, wo also wild überlegt wird, wild hin und her gerechnet wird, was also tatsächlich an diesem Tag passiert sein soll. Es gab eine Seite, also da bin ich dann tatsächlich irgendwann ausgestiegen, die nennt sich redefininggod.com und das Ganze läuft unter der Prämisse irgendwie Globalist Agenda Watch und der Typ hat sich ziemlich intensiv mit diesem Würfel beschäftigt und stellt da die verrücktesten Berechnungen an und kommt also immer wieder irgendwie zu dem Schluss, dass Putin irgendwie im September 2016 irgendwie erst angeblich umgebracht wird und dann später wiedererweckt wird. Und das Ganze endet dann quasi so richtig crescendo-mäßig mit dem 25. September 2016. Putin wird wieder erweckt, UFOs zeigen sich am Himmel, das Kämpfen, also vorher hat es einen Krieg gegeben, das Kämpfen hört auf und die böse westliche neue Weltordnung zerfällt in Stücke, genauso wie der kleine Würfel zerschlagen worden ist. Also der Typ, also wer sich das antun will, können wir vielleicht auch verlinken unter dem Podcast, wer sich das antun will, kann sich das gerne durchlesen, den Artikel. Ich bin da geistig irgendwann doch ausgestiegen. Ich weiß bis heute nicht, wie er auf den Krempel wirklich gekommen ist, aber es war irgendwie verblüffend. Ich hab's gerade nochmal hier auch vor mir und ich rolle immer hin und her und ich verstehe einfach nicht, wie er dann einfach auf ein Datum im Jahr 2016 kommt. Den Sprung kriege ich gerade nicht hin, aber das ist... Er wirft eine ganze Timeline anhand dieser Zahlen, die da auf dem... Achso, und der Buchstaben, also irgendwas mit Buchstaben und das sind dann eben römische Zahlen für ihn, M&M, also ja, irgendwie kommt er da drauf. Ah, doch, ich verstehe das. Er tauscht dann also aus und sagt, das muss 14. August 2016 sein. So macht das natürlich Sinn. Wir haben eine 20, wir haben eine 16, wir haben eine 14. Naja, genau. Naja, gut, aber dann bist du im August und da geht dann halt irgendwie diese Zeitachse los und dann landet er halt irgendwann im September und da ist dann irgendwie alles vorbei. So, also... Wie auch immer. Hat mich dann auch gefuchst und da hab ich gedacht, aber was, also A, wo kommt dieser Stein jetzt her? B, warum wird er kaputt gemacht? Und C, wer hat denn da eigentlich hingemacht? Und was heißt das? Und diese Menschen, die unfassbar viel Arbeit betrieben haben, also der hat ja auch zum Beispiel rausgefunden, dass das Wort J-A-M aus Indonesien stammt, dem Land mit den meisten Menschen, die Muslime sind, ja, also indonesisch ist die Sprache so des Landes mit den meisten Muslimen und so weiter und so weiter und so weiter. Unfassbar viel Arbeit. Jetzt muss ich mal gerade gucken, von wann dieser Artikel eigentlich ist. Haben wir da ein Datum? Der von dem Redefining God. God, genau. Ja, das hab ich, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Am 13. Februar 2016. Ah, genau. So, glaube ich. Und jetzt will ich mal gerade gucken, weil es gibt eben auch eine Aufklärung darüber, wer letztendlich da diesen Stein dahin gepackt hat. Jetzt will ich mal gerade gucken, wann denn diese Aufklärung dann letztendlich erfolgt ist. Das hab ich hier auf einer anderen Internetseite. Ja, im Internet surfen, während man das aufnimmt. Also, ja, interessant. Also, der hat im Februar, er hat im Februar 2016 sich diese unfassbar viel Mühe gemacht, das aufzuklären und Wörter zu suchen im Netz oder einzelne Sequenzen zu suchen und dann hat er rausgefunden, dass es auch noch einen jüdischen Feiertag gibt und natürlich Moslems und Juden sich nicht vertragen und deswegen passiert da was. Genau. Er hätte auch einfach einen Artikel aus dem 11. oder vom 11. November 2014. 14, ja, genau. Also, die Information, die relativ, also da haben wir wieder Orkams Razor, also die relativ wahrscheinlich ist, deutet darauf hin, dass es sich um ein schönes Erinnerungsstück handelt an eine Hochzeit. Ja, nämlich ... Jetzt schnappt ihr wahrscheinlich nach Luft. Also, ein Mensch, der selber so ein bisschen New Age-mäßig unterwegs ist mit einer Frau, die jetzt irgendwie, wenn man denn Facebook glauben mag, irgendwas mit alternativer Ernährung auch macht. Also, kann man alles machen. Alternativer Ernährung. Ja, ja, also, ich hab mir das nicht weiter durchgelesen, alles ganz furchtbar. Egal, auf alle Fälle haben die geheiratet bei den Georgia Guidestones. Genau, und jetzt passt auf, wie der junge Mann heißt, der da also geheiratet hat an diesem Monument, Michael Massanelli, M-M. M-M. Und wenn das noch nicht Beweis genug ist, dass M-M dafür steht, dann vielleicht die Tatsache, dass seine Frau Julie-Anne Massanelli heißt. Jennifer, Jennifer, Julia. Jennifer N. Massanelli, Entschuldigung, genau. Also, J-A-M. Und jetzt könnte man auch noch sagen, wann haben die denn geheiratet? Und wenig überraschenderweise haben die beiden am 16. August 2014 geheiratet und haben heimlich den Stein dahin gelegt. Und dann ist den Inhabern im Aberton, ähm, äh, 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 wie heißen sie? Äh, Granite Blatt Museum. Den Verwaltern da, die da sich kümmern. Den Verwaltern der Steine. Ist dann irgendwann aufgefallen, dass da oben ein Stein ist, der da nicht hingehört. Und dann ist ein Mitarbeiter des Steinbruchs da hingefahren und hat diesen Stein kaputt gemacht. Interessanterweise, auch in diesem YouTube-Video mit acht Minuten, wo also sehr schön dargestellt wird, wie dieser Stein zerstört wird, und da fragt auch keiner, wo kommen sie eigentlich her, was machen sie da eigentlich? Das finde ich auch so spannend. Also, da ist ein älterer Herr, freundlich, der arbeitet da. Keiner fragt den, was er da eigentlich genau macht. Würde ich ja machen, wenn es mich interessiert. Ähm, haben die Leute, die da vor Ort waren, nicht getan. Und tatsächlich gibt es also eine Kurzfassung, die aufklärt, ähm, dass es mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit eben ein Memorabilia war. Und es gibt dann auch ein einstündiges Video selber von Michael Messinelli mit seiner Ehefrau, wo er darüber berichtet, dass sie den Stein dahin gemacht hat. Und man kann die Hochzeitsfotos des Paares sehen, wie sie an den Georgia Guidestones heiraten. Ja, genau. Also, eigentlich eine eindeutige Geschichte. Aber über diesen kleinen Würfel gibt es bis heute zahllose Blogseiten, die man finden kann, die sich quasi die Finger wund spekulieren. Und natürlich ist es total verführerisch, mit Zahlen zu spielen, mit Buchstaben zu spielen und sich alles mögliche zusammenzusetzen. Und allein die Tatsache, dass man aus 16, 8, 14, 20 beliebige Dinge tun kann. Man könnte mal anfangen, im Jahr 1420 zu gucken. Also, du hast mir ja sozusagen die Idee an die Hand gegeben, mal ein bisschen mich als Verschwörungstheoretikerin zu betätigen und mal zu gucken, was man mit den Zahlen so alles anstellen kann. Ich habe festgestellt, ich bin wahnsinnig unkreativ, was sowas angeht. Ich habe einfach mal so wild rumgeguckt, irgendwie, ob man irgendwas Interessantes finden kann. Also, ich habe zum Beispiel mal geguckt, was mit dem 16. August 1420 ist. Habe ich jetzt nun irgendwie nicht was Besonderes gefunden. Also, das Jahr 1420 ist in der arabischen Zeitrechnung das Jahr 1999 beziehungsweise 2000. Also, da hätte man dann vielleicht einen Hinweis, ist ja auch nicht die wirkliche Jahrtausendwende, aber auf den Jahreswechsel 99, 2000, vor dem ja auch ganz viele wahnsinnige Angst hatten. Also, vielleicht hat da doch die geheime Weltregierung irgendwie uns infiltriert und da irgendwelche Überwachungsmechanismen geschaltet. Dann habe ich immer geguckt, was mit dem 14. August 1620 anzustellen ist. Habe festgestellt, dass am 15. August 1620 die Mayflower von Southampton losgefahren ist. Das muss doch was bedeuten. Und dann habe ich angefangen, mal so ein bisschen zu gucken mit Buchstaben und Jahreszahlenkombinationen. Und da bin ich auf ganz witzige Dinge gestoßen. Also, ich habe zum Beispiel mal nach Jam 2014 geguckt und da muss ich jetzt selber mal gerade schauen. Es gibt nämlich, und das führte mich dann dazu, ob nicht Weintester-Seiten eigentlich nur Seiten sind, wo quasi in Codesprache, also angeblich über Wein gesprochen wird, aber in Wirklichkeit vielleicht über ganz andere Dinge. Es gibt einen Jam Cabernet Sauvignon aus dem Jahrgang 2014. Das ist ein kalifornischer Wein, der also hier in verschiedenen Foren irgendwie besprochen wird. Und dann habe ich mal einfach so auf gut Glück mal ein bisschen nach den Illuminaten geguckt. Und da, ich hoffe, ich finde das jetzt wieder, bin ich nämlich auf einen weiteren Wein gestoßen. Und der wird lustigerweise unter anderem auch noch auf der Seite weinspion.de, das muss doch was bedeuten, besprochen. Es gibt nämlich erst im Jahr 2014 ein Riparosso Montepulciano Dabruzzo und jetzt kommt es von einem Weinbauer namens Dino Illuminati. Um Himmels Willen. Also, ich glaube, die Illuminaten haben sich getarnt als Weinkenner und versuchen dann über ihre Foren in Codeform irgendwie miteinander zu kommunizieren, ohne dass wir das mitkriegen. Zu Jam findet man irgendwie auch ganz andere lustige Sachen. Also, zum Beispiel, wenn man nach Jam 1420 guckt, dann findet man, dass es ein Spiel gibt, das nennt sich irgendwie Cookie Jam. Und da gibt es irgendwie ein Level 1420, für den es also irgendwie so Lösungsanweisungen im Netz gibt, weil der anscheinend irgendwie besonders schwierig ist oder weiß der Geier was. Also, man muss da irgendwelche Waffeln irgendwie zerbrechen oder so, keine Ahnung. Ja, solche Sachen findet man da. Wer weiß, ob das nicht vielleicht auch alles was bedeutet. Also, ihr merkt schon, also natürlich unsere Hörer sind immer die etwas clevereren Hörer, aber ihr merkt, wenn man sich nur genügend Mühe gibt und einige Versatzstücke hat, in dem Fall vier Zahlen, zwei Buchstabenkombinationen und dann einfach mal anfängt, frei flottierend die Gedanken unter das Netz schweifen zu lassen, dann findet man ganz, ganz viele Geschichten. Und die wahre Erklärung, das finde ich in diesem Fall so schön, ist dann auch ganz einfach belegbar und dann ist es einfach völlig einfach, um was es da gerade geht. Übrigens, Herr Massinelli hat sich eine Replik von diesem Stein auch machen lassen, den er immer noch besitzt. Den zeigt er auch in diesem einstündigen Video. Also, insofern gar kein Zweifel, dass es einfach ein Hochzeitsgag war, bei dem man sich hat vielleicht auch nicht filmen lassen, weil man wusste, ich mache da was hin, was da nicht hingehört. Und insofern gibt es vielleicht keine Fotos oder kein Video, wie er es da selber platziert. Naja, aber das zeigt, wie es funktioniert und das zeigt auch, wie problematisch so ein Verschwörer-Mindset sein kann. Weil man völlig blockiert ist, dafür unvoreingenommen an eine Sache heranzugehen und sofort in eine gewisse Richtung mit gewissen Grundannahmen anfängt zu recherchieren. Und wie gesagt, nochmal, zwei Jahre nachdem dieser Blog, den du beschrieben hast, all das aufgeschlüsselt hat und bis hin zu einem Terrorantat, während der Olympiade in Rio gekommen ist, was unvermeidbar war, frage ich mich dann immer, warum recherchiert man da nicht vernünftig und findet genau wie wir nach ein paar Minuten die Seite, die relativ schlüssig darlegt und wenn man von daraus geht, dann noch etwas weiter recherchiert, dass es eben die Tat vom Ehepaar Massanelli gewesen ist, die diesen Würfel platziert hat. Wahrscheinlich, weil der Mindset dafür nicht da ist, so etwas dann auch anzunehmen, wahrzunehmen. Man ist dann schon gefangen in einer vorgefassten alternativen Erklärung für die Welt. Und natürlich würde diese Person sicherlich nicht anerkennen, dass es sich hier um eine Hochzeit handelt. Ja, oder aber die Massanellis sind eines der ersten Paare, die eben dieser neuen Weltordnung angehören und die ihre Ehe auch diesen Regeln unterworfen haben und die sozusagen die neue Menschheit langsam einläuten sollen. Wir werden euch natürlich eine ganze Reihe Links reinschmeißen unter dem Beitrag auf unserer Homepage. Schaut es euch an. Tatsächlich bildet euch Theorien, schreibt gerne Theorien auf, was ihr meint, wer hinter den Georgia Guidestones steckt, ob ihr meine Hypothese mittragt, dass Menschen waren, die vor dem Dritten Weltkrieg und den Folgen oder die Zeit nach einem Atomkrieg vielleicht diese Steine hingestellt haben, würde mich tatsächlich interessieren. Und ich glaube, wir haben jetzt fast eine Stunde über die Georgia Guidestones gesprochen. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben so ziemlich, glaube ich, alles rausgequetscht aus dem Thema, was rauszuquetschen ist und haben, glaube ich, schon eine vernünftige Folge abgeliefert. Aber natürlich möchte ich jetzt von dir gleich nochmal erfahren, Alexa, ob es jetzt die natürlichen Parfum, Parfums, sagt man, Plural, Parfums. Ja. Ach Gott, ich habe Französisch. Also ob es die gibt oder nicht und das machen wir jetzt nochmal schnell. Genau. Die Auflösung. Ja, was hat es mit den vergifteten Parfumproben aus dem Jahre 2001 auf sich? Hat es da tatsächlich Warnungen gegeben, weil man befürchtet hat, dass Terroranschläge, vor denen man ja tatsächlich auch begründete Angst hatte im Nachgang des 11. September 2001, auch in dieser Form stattfinden konnten? Oder ist das Ganze ein Netzhoax? Und es ist tatsächlich letzteres der Fall. Also diese Warnungen, das sind so ganz typische E-Mail-Warnungen, wie wir sie ja auch schon öfter hatten in den Sendungen, wie sie gerne mal so als Spam verschickt werden und die so per se grundlos sind. Also es hat keine sieben Frauen gegeben, die an so vergifteten Parfumproben, die sie in der Post hatten, gestorben sind. Aber man muss das Ganze, puh, ne, genau, habe ich auch gedacht. Aber man muss das Ganze natürlich auch sich nochmal zeitlich anschauen. Also nicht nur hatte man den 11. September kurz vorher, sondern im Nachgang des 11. September gab es ja auch noch diese Angst vor den Antrax-Attentaten. Und die ist tatsächlich begründet gewesen. Das heißt also, im Jahre 2001 hat es Anschläge gegeben, bei denen Antrax, also Milzbrandsporen, an mehrere Nachrichtensender und Senatoren verschickt worden sind mit Briefen. Und es sind tatsächlich fünf Menschen gestorben. Ein Nachspiel dieser Anschläge war zum Beispiel das Anti-Terror-Gesetz, der USA Patriot Act. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich nicht von ungefähr gekommen, dass man Angst hatte vor irgendwelchen Giftanschlägen, die mit der Post erfolgen. Und das, finde ich, ist das Spannende auch an solchen Netz-Hoaxes. Übrigens ist so eine E-Mail-Warnung vor Parfumproben danach natürlich immer wieder aufgetaucht. Was einmal im Netz ist, bleibt auch im Netz und plöppt dann in regelmäßigen Abständen wieder an allen möglichen und unmöglichen Stellen wieder auf mit leichten Variationen. Aber man kann manchmal die Entstehung eines solchen Hoaxes zeitlich ganz gut einordnen und eben auch sehen, was da für ein Gefühl und was da für Ängste dahinter stecken. Tja, faszinierend gut, dass es nicht passiert ist. Ja. Die Angst vor den Anthrax-Anschlägen, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Auch insofern ist das Narrativ gut nachzuvollziehen, glaube ich, um das es da geht. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende der aktuellen Episode und können ganz entspannt für euch da draußen sagen, macht euch keine Sorge, die Folge 205 wird relativ zeitnah nach der Folge 204 erscheinen. Warum können wir das sagen? Weil die schon komplett im Kasten ist. Ja. Wir haben mich getrickst. Insofern seid versichert, dass die Folge 205 bald kommen wird und die Folge 206 ist schon terminiert. Das verraten wir euch dann in Folge 205, was da passiert. Also jetzt kommt ein bisschen was auf dem Podcast-Sektor jetzt mal wieder für euch. Und das hat auch wieder riesigen Spaß gemacht. Ja, so ist das. Obwohl wir weit, weit, weit voneinander getrennt sind, wie wir ja schon in der Einleitung gesagt haben. Euch da draußen alles Gute. Bis ganz, ganz bald bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.